Wir betrachten hier ein Beispiel, bei dem sich zwei Prozesse A und B im Hauptspeicher befinden. Bislang wurde über das Base- und das Limitregister die Speicherverwaltung geregelt, aber das soll sich nun ändern, denn die MMU kommt hinzu und auf Base- und Limitregister können wir in der Folge verzichten. Wir vollziehen den Schritt zur virtuellen Speicherverwaltung und schauen uns an, wie die Memory Management Unit uns dabei unterstützen kann. Im Bild sehen wir nun den Hauptspeicher. Dies ist der physikalische Speicher, also der Speicher, der direkt in den Rechner eingebaut ist. Im Rahmen der virtuellen Speicherverwaltung wird nun der physikalische Speicher und der Speicher, der den Prozessen zugeordnet ist, getrennt voneinander betrachtet. Der physikalische Speicher wird nun eingeteilt in sogenannte Seitenrahmen, die alle jeweils gleich groß sind. Auch die Speicherbereiche der Prozesse werden eingeteilt. Hier nennt man es einfach nur Seiten, aber diese Seiten haben dieselbe Größe wie ein Seitenrahmen des physikalischen Speichers. Man kann sich jetzt vorstellen, dass man eine Seite eines Prozesses genau einem Seitenrahmen des physikalischen Speichers zuordnet. Da beide ja per Definition die gleiche Größe hatten, ist das ohne Probleme möglich. Jetzt rufen wir uns einmal in Erinnerung, wie der Speicherbereich eingeteilt war, der einem Prozess zugeordnet ist. Insbesondere geht es hier um das Datensegment mit dem Heap und dem Stack und darum, dass zwischen dem Heap und dem Stack ein freier Speicherbereich liegt. Dieser freie Speicherbereich wird also auch einige Seiten umfassen, hier einmal grün dargestellt. Jetzt folgen zwei wichtige Ideen. Erstens ist es leicht einsichtig, dass Seiten, die frei sind, nicht im physikalischen Hauptspeicher vorgehalten werden müssen. Und zweitens ist es in unserer Vorstellung kein Problem, die Anzahl der freien Seiten zwischen dem Heap und dem Stack beliebig zu vergrößern. Damit haben die Prozesse in unserer Vorstellung jetzt einen sehr großen Speicherbereich zugeordnet bekommen. Aber dieser Speicherbereich existiert nur in unserer Vorstellung, er ist nicht real, er ist deshalb nur virtuell. Es ist der virtuelle Speicher eines Prozesses. Besonders deutlich wird dies, wenn wir mal konkrete Speichergrößen an den physikalischen und an den virtuellen Speicher heranschreiben. Stellen wir uns vor, dass unser physikalischer Speicher eine Größe von 2 GB hat, unser virtueller Speicher aber für jeden einzelnen Prozess eine Größe von 4 GB vorsieht. Man kann leicht sehen, dass die Summe der virtuellen Speicher aller Prozesse erheblich größer ist, als der tatsächlich in den Rechner eingebaute physikalische Speicher. Aber es müssen ja auch nicht alle virtuellen Seiten im physikalischen Speicher vorgehalten werden, sondern nur diejenigen, die auch tatsächlich irgendeine Art von Daten- oder Programmtext enthalten. Dabei ist dieses System so flexibel, dass es egal ist, in welchem physikalischen Seitenrahmen eine virtuelle Seite eingelagert wird. Es gibt hier also insbesondere keinen Zwang mehr dazu, dass alle zu einem Prozess gehörenden Seiten zusammenhängend im physikalischen Speicher eingelagert sein müssen. Wenn du jetzt verstanden hast, was der Unterschied zwischen dem virtuellen Speicher und dem physikalischen Speicher tatsächlich ist, dann ist es auch leicht nachzuvollziehen, dass es virtuelle Adressen und physikalische Adressen im Speicher geben muss. Die MMU kommt jetzt wieder ins Spiel, denn wenn jetzt ein Prozess auf der CPU abläuft, dann bedeutet das, dass beispielsweise im Befehlszähler die virtuelle Adresse des nächsten Befehls gespeichert ist. Und um diesen Befehl zu holen, muss diese virtuelle Adresse zunächst in die physikalische Adresse umgerechnet werden. Und genau dieses tut die MMU. Wie diese Umrechnung tatsächlich realisiert ist, schauen wir uns später noch einmal an, wenn wir im Kapitel Betriebssysteme auf dieses Thema zurückkommen. Die Möge der 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 Möge der